Hallo, hier ist Norbert und ich habe heute ein Video in meinem YouTube-Kanal Grammatik mit Norbert, nicht für meine Studenten, sondern für meine Kollegen. Denn ich habe was ganz tolles kennengelernt, das Twitter-Lehrerzimmer. Eine Community von Lehrern, die sich gegenseitig sehr viel hilft, wo man sehr viele neue Inputs bekommt, neue Unterrichtsarten, neue Unterrichtsmethoden kennenlernt, Material kennenlernt. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Wer also noch nicht auf Twitter ist, ich zeige euch mal, wie man in dieses Twitter-Lehrerzimmer kommt. Wir machen das Ganze in vier Schritten. Als ersten Schritt, eigentlich noch bevor dem ersten Schritt, wenn ihr iPad oder das Handy und so weiter nutzen wollt, dann müsst ihr euch die App herunterladen aus dem App Store oder aus dem Play Store. Und wenn ihr das Ganze am PC, am Laptop nutzen wollt, dann geht ihr im Browser auf twitter.com und dann schauen wir uns an, wie melden wir uns bei Twitter an. Also schauen wir uns mal die Anmeldung an, wie das bei Twitter geht. Ich habe das mal für euch am Browser demonstriert. Wir gehen also auf twitter.com im Browser, registrieren uns und müssen einen Namen wählen. Man kann jetzt einen Klarnamen wählen oder man kann einen Fantasienamen wählen. Man sollte immer im Kopf haben, Twitter ist eine öffentliche Plattform. Alles, was ich schreibe, ist per se erstmal öffentlich. Jeder kann es lesen. Wenn ich jetzt meinen Klarnamen benutze als Lehrer, dann zeige ich, ich habe eine Vorbildfunktion, die ich gegenüber meinen Schülern auch wahrnehme. Und unter dem Klarnamen zu twittern, hat immer sowas auch wie eine kleine Filterfunktion. Ich schreibe vielleicht nicht alles, wenn das mit meinem Klarnamen sofort verbunden werden kann. Auf der anderen Seite, wenn ich als Lehrer twittere, möchte ich vielleicht gar nicht von allen Eltern oder von allen Schülern sofort gesehen werden. Ich möchte vielleicht nicht, dass meine Schüler wissen, dass die tolle Unterrichtsidee, die ich im Unterricht zum Beispiel habe, dass ich die einen Tag vorher über Twitter erst gesucht habe. Oder wenn ich mal Frust habe über meinen Unterricht, über meine Klasse, über meine Schule und mir das einfach mal von der Seele twittern will, dass das meine Schüler oder die Eltern auch gleich lesen können. Mit dem Fantasienamen bin ich nicht so schnell aufwendbar, aber nach wie vor, Twitter ist kein anonymer Raum. Wenn wir das gemacht haben, dann, wenn wir einen Namen haben, dann müssen wir unser Konto verifizieren. Ich kann das einmal über das Handy machen oder über die E-Mail-Adresse. Egal ob Handy oder E-Mail-Adresse, ich bekomme einen Code geschickt. Und mit diesem Code verifiziere ich dann mein Konto. Dann gibt es noch den Punkt, passe dein Erlebnis an. Twitter ist umsonst aber nicht kostenlos. Ich bekomme Werbung. Irgendjemand muss dafür natürlich bezahlen immer. Und hier kann ich dann zum Beispiel mit einem Häkchen ankreuzen, dass ich persönliche Werbung bekommen soll oder eben nicht. Was ich machen muss auf alle Fälle, ist noch ein sicheres Passwort anlegen. Achtet auf ein sicheres Passwort. Auch hier haben wir wieder Vorbildfunktion. 01234 ist einfach nicht sicher. Dann wählen wir noch ein Profilbild aus, schreiben eine kurze Beschreibung über uns, zum Beispiel welche Fächerkombinationen man hat, an welchem Schultyp man arbeitet und so weiter. Kann Interessen auswählen. Bei den Interessen kann ich natürlich jetzt zum Beispiel angeben, dass mich Bildung interessiert oder das Twitter-Lehrerzimmer interessiert oder Schulen interessieren. Dann bekomme ich schon mal Vorschläge, wem ich folgen kann. Wenn ich hier nichts auswähle, wenn hier nichts für mich dabei ist, was interessant ist, dann sieht meine Timeline so aus, wie bei mir auf dem nächsten Bild. Ihr seht es, meine Timeline ist leer. Bei Twitter ist es nämlich so, Twitter ist zwar öffentlich, jeder kann alles lesen, aber wenn ich niemandem folge oder wenn ich nichts suche, dann wird mir auch nichts angezeigt. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ist erstmal ein Netzwerk bilden, mir Kollegen suchen, denen ich folgen kann, damit ich Twitter tatsächlich als kommunikatives Medium nutzen kann. Deswegen heißt der Schritt 2 in diesem kleinen Videotutorial ein persönliches Lernnetzwerk bilden. Wir Lehrer könnten für uns auch sagen, ein persönliches Lehrnetzwerk bilden. Und dieses persönliche Lehrnetzwerk, das bilden wir über die Suche-Funktion. Über die Suche-Funktion kann ich zum Beispiel Twitter-Lehrerzimmer eingeben. Dann bekomme ich alles angezeigt, was diesen Hashtag Twitter-Lehrerzimmer hat. Und am Anfang sind immer die Top-Tweets. Ich kann auch die letzten, die neuesten Tweets mir anschauen. Ich kann mir Fotos anschauen, Videos. Und ich kann mir Leute anschauen, die diesen Hashtag benutzen. Und das machen wir jetzt mal. Schauen uns die Leute an. Dann sind das hier Kollegen, 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 Kollegen. Und eines habe ich jetzt speziell rausgenommen. Das wollen wir uns auch mal markieren. Das ist der Twitter-Lehrerzimmer-Bot. Ein Bot ist ein Programm, das nichts anderes macht, als alle Tweets, die es gibt, nach bestimmten Schlagwörtern, nach bestimmten Hashtags zu durchsuchen. Das sind in dem Fall Twitter-Lehrerzimmer, TWLZ und Twitter-LZ als Abkürzungen. Und die zu retweeten. Dem Twitter-Lehrerzimmer-Bot solltet ihr folgen, denn wenn ein Kollege aus Hamburg eine coole Idee hat oder ein Kollege aus München oder aus Köln oder aus Berlin, dann bekommt ihr das nicht mit, weil ihr euch ja nicht gegenseitig folgt. Ihr folgt dem ja nicht. Über den Twitter-Lehrerzimmer-Bot bekommt ihr es doch mit, denn der schreibt den Hashtag Twitter-Lehrerzimmer in seinen Tweet. Der Tweet wird euch über den Twitter-Lehrerzimmer-Bot in eure Timeline gespült und schon könnt ihr interessante Kollegen finden und könnt euer persönliches Lernnetzwerk aufbauen. Man kann auch Personen und Institutionen direkt folgen. Das macht man in dem Fall auch wieder über die Suche. Ich habe das mal mit der GFDB für euch gemacht, die Gesellschaft für digitale Bildung. Die habe ich über die Suchfunktionen gesucht, wird mir viel angezeigt. Ich suche die Gesellschaft für digitale Bildung heraus und jetzt kann ich entweder direkt auf Folgen gehen, wenn ich weiß, dass mich die Inhalte da interessieren oder wenn ich sage, was machen die eigentlich, dann kann ich mir das in der Timeline erst mal anschauen und kann dann, wenn ich sage, das ist interessant für mich, auf Folgen klicken. Bei Personen und Institutionen lohnt es sich immer mal so, sich durch die Timeline zu scrollen. Habe ich ja dann auch gemacht, weil man da auch sieht, wer wird retweetet, mit wem kann ich mich noch vernetzen, gibt es interessante Punkte, gibt es irgendwas, wo ich damit reagieren oder interagieren will. Ich habe das für euch mal demonstriert an einem Post von Heike Abel. Das ist eine der Chefredakteurinnen vom Schoolbook-Magazin. Die hat hier eine Anfrage nach coolen Projekten, die sie im Magazin Schoolbook vorstellen könnte und jetzt kann ich mit diesem Tweet, wenn ich will, interagieren. Dafür habe ich mehrere Funktionen. Ich habe einmal diese Sprechblase, die bedeutet, ich kann darauf antworten oder ich habe diese zwei Pfeile, die sagen, ich möchte das retweeten, also ich möchte dem Ganzen mehr Reichweite geben, ich möchte es in meine Timeline weiterleiten oder ich kann ein Herzchen dazugeben, kann sagen, hey, toller Tweet, ich favore das, ich gebe dir ein positives Feedback dafür. Konkret schaut die ganze Sache so aus, gehe ich auf Antworten, also Reply, dann klappt unter dem Original-Tweet ein kleines Feld auf, wo ich meine Antwort schreiben kann. Dann, wenn ich es retweeten will, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann es einmal mit Kommentar und einmal ohne Kommentar retweeten. Ohne Kommentar sieht es ganz einfach nur so aus, dass es in meiner Timeline auftaucht. Mit Kommentar kann ich hier noch drüber was schreiben. Und wie gesagt, der letzte Schritt, den ich noch machen kann, ist, ich kann ein Herzchen da lassen, kann sagen, hey, toller Post, finde ich gut, das favore ich. Wer gut aufgepasst hat, hat gesehen, links ist eine Symbolleiste und was die Symbole auf der Seite bedeuten, das schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt an. Hier findet ihr auf der einen Seite euren Home-Button. Da kommt ihr sozusagen dann immer zurück zu eurer Startseite. Ihr findet die Trends. Das ist das, was euch auch auf der rechten Seite immer mit angezeigt wird. Was ist im Moment in Deutschland aktuell? Worüber wird am meisten getwittert? Dann findet ihr eure Mitteilungen. Darüber sprechen wir gleich. Ein kleines Postfach für Direktnachrichten, also sozusagen E-Mails über Twitter, Lesezeichen. Und was für uns noch interessant ist, sind die drei Pünktchen mit den Einstellungen. Wem es aufgefallen ist, Twitter redet die ganze Zeit mit mir Englisch. Das kann ich ändern über die Einstellungen. Und zwar gehe ich dann in meine Display Language und die kann ich dann von Englisch auf Deutsch wechseln. Und was ich bei den Einstellungen auch machen kann, ist, ich kann meinen Nutzernamen ändern. Der Nutzername ist nicht der Name, den ihr euch am Anfang gegeben habt, sondern das ist das, was neben diesem Namen erscheint mit einem kleinen Ad. Und der heißt bei mir im Moment noch Norbert71056231. Dieser Nutzername wird automatisch vom Programm vergeben und ist nicht sehr attraktiv und vor allen Dingen kann man ihn sich nicht sehr gut merken. Deswegen kann man den ändern. Ich nutze diesen Twitter-Account für meinen Kanal Grammatik mit Norbert und deshalb habe ich mir hier als Nutzername Grammatik unterstrich Norbert gegeben. Bei diesem Nutzernamen hat wenig Zeichen, müsst ihr ein bisschen spielen, ob ihr das, was ihr machen wollt, tatsächlich auch hinbekommt. Schauen wir uns das mit den Mitteilungen mal an. Mitteilungen erkennt man hier unter diesem Glöckchen. Ich habe das mal mit meinem Erstaccount gemacht. Diesen Account Norbert K. Habe ich mal angelegt, nur um euch zu zeigen, wie kommt man mit Twitter klar, wie schaut es aus, wenn ich mich da registriere. Ich habe also jetzt mal einen Tweet, den ich erstellt habe unter meinem Erstaccount. Bei Twitter kann man mehrere Accounts anlegen. Genommen habe ich mich also sozusagen retweetet mit einem Gefällt mir, so zur Demonstration jetzt, und habe dann selber wieder mit meinem Erstaccount darauf reagiert. Damit ihr mal seht, wenn also das passiert, dann habt ihr hier eine Nachricht an diesem Glöckchen bei den Mitteilungen und klickt ihr auf die Mitteilungen, schaut es so aus, dass ihr seht, wie hat jemand auf euch reagiert. Kommen wir kurz, aber leider müssen wir das, mal zur hässlichen Seite von Twitter. Kann immer passieren, dass mir jemand etwas schickt, dass mich jemand anschreibt, dass ich was lesen muss, was mir nicht gefällt, und dann habe ich Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und zwar sind das Entfolgen, Stummschalten und Blockieren. Wenn ich so einen Tweet habe, dann gibt es neben diesem Tweet immer so ein kleines Häkchen oder so einen kleinen Pfeil nach unten, den kann ich anklicken und dann klappt ein Menü auf. Dann kann ich jemanden entfolgen, genauso wie ich jemanden folgen kann, kann ich auch sagen, ich entfolge dieser Person. Dann kann ich jemanden stummschalten, wenn ich sage, Mensch, das, was die Person schreibt, will ich nicht lesen. Beim Stummschalten ist es so, die andere Person kann lesen, was ich schreibe, aber was die Person schreibt, das lese ich nicht mehr. Wenn es noch härter kommt, kann ich die Person blockieren. Das heißt, die kann auch nicht mehr lesen, was ich schreibe. Da ist dann wie eine Mauer dazwischen. Und wenn es ganz hart wird, kann ich den Tweet melden, wenn es Hassrede beinhaltet, wenn es eine Beleidigung ist, wenn es Pornografie ist und so weiter und so fort. Und ich sage, das will ich gar nicht haben, das soll in Twitter nicht sein, dann kann man diesen Tweet auch melden. Und das war es jetzt eigentlich auch schon fast. Jetzt sind wir bereit für unseren ersten Tweet. Unser erster Tweet. Wir gehen auf das blaue Symbol hier unten mit der Feder. Das heißt, wir können einen Tweet schreiben. Wir schreiben einen Tweet. Unter diesem Kanal twitterere ich für meinen Grammatik-Kanal. Grammatik habe ich jetzt als Hashtag gesetzt. Wenn man auf so ein Hashtag anklickt, dann sieht man alle Nachrichten, die mit diesem Hashtag geschrieben wurden. kann Grammatik-Kanal Grammatik mit Norbert. Dem habe ich einen eigenen Hashtag gegeben, damit wer mir folgt und wer auf dieses Grammatik mit Norbert klickt, immer meine Nachrichten auch sehen kann untereinander. An der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Ich arbeite für die Universität Bamberg. Ich möchte die Universität Bamberg in diesem Tweet verlinken. Das mache ich über das Ad-Symbol. Dann klappt hier eine kleine Pop-up-Liste raus, wo ich die Universität auswählen kann. Auswählen kann ich nur nach dem Nutzernamen. Ihr erinnert euch von vorhin. Deswegen ist es gut, wenn man sich da einen prägnanten Namen gibt, den man sich merken kann und den man dann schnell wiederfindet. Dann schreibe ich weiter, weiter, weiter und irgendwann wird der blaue Kreis hier gelb. Das heißt, ich habe nur noch 14 Zeichen übrig. Achtung, komm langsam zum Ende. Twitter kommt ja vom Kurznachrichtendienst SMS oder basiert auf dem Kurznachrichtendienst SMS, damals mit 140 Zeichen, dann mittlerweile auf 280 Zeichen erweitert. Aber mehr als 280 Zeichen kann ich in einem Tweet nicht schreiben. Das zeigt mir dann dieser Kreis an. Würde ich weiterschreiben, wäre das Ganze rot und ich habe eine Minuszahl, die sagt, Achtung, das sind sieben Zeichen zu viel. Wirst du diesen Tweet absenden, musst du ihn kürzer machen. Ich kann also kürzen. Alternativ kann ich mit diesem Plus weitere Nachrichten anhängen. Ist dann ganz schlau, wenn man markiert, dass das eine Serie von Tweets ist. Das 1 von 4, 2 von 4, 3 von 4, 4 von 4. Weil das immer passieren kann, je nachdem, welche Hashtags oder wen ich verlinke, dass jemand in meiner Timeline vielleicht nur einen dieser Tweets gespült wird. Der kann dann nicht sehen, dass das eine Serie ist. Über dieses 1, 2, 3, 4, wenn ich die nummeriere, kann ich sehen, aha, das ist eine Serie und kann die anderen Tweets auch lesen. Wenn ich dann meinen Tweet abgeschickt habe, meinen ersten Tweet, dann sollte eigentlich gleich das hier passieren. Ihr solltet gleich eine Benachrichtigung bekommen, dass da jemand mit euch interagiert. Denn wir erinnern uns, wir folgen ja dem freundlichen Twitter-Lehrerzimmer-Bot. Der freundliche Twitter-Lehrerzimmer-Bot nimmt also unsere Nachricht und schickt sie automatisch an alle Kollegen, die auch dem Twitter-Lehrerzimmer-Bot folgen, weiter. Und so bilden wir jetzt unser Netzwerk, so haben wir die Reichweite, wenn wir Fragen haben, wenn wir Informationen geben wollen und so weiter. Und wie ihr seht, das macht automatisch nicht gleich nur ein Bot, sondern da hat auch gleich eine Kollegin noch uns retweetet. Und das ist ja der Punkt, sich vernetzend miteinander zu interagieren, weshalb wir ins Twitter-Lehrerzimmer gehen. Und damit wären wir schon am Ende dieses Video-Tutorials. Jetzt kann ich nur noch sagen, herzlich willkommen im Twitter-Lehrerzimmer. Probiert euch aus, probiert das Twitter-Lehrerzimmer aus, schreibt Tweets, interagiert mit den Leuten. Das ist eine ganz coole Geschichte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein kleines Like da. Wenn ihr Kommentare habt, dann lasst die Kommentare da. Ansonsten verbreitet dieses Video, damit möglichst viele Kollegen, die noch nicht im Twitter-Lehrerzimmer sind, ins Twitter-Lehrerzimmer kommen. Mehr ist in dem Fall wirklich besser. Ich freue mich, wenn wir uns da mal lesen. Bis dann. Ciao.